Und mein Ansehen steigt, das ist gut. Hast du Loretta gesehen? Nein, sie ist auf die Bobcat-Geländestrecke geritten, aber nicht zurückgekommen. Ich mache mir Sorgen, dass hier etwas passiert ist. Aber ich kann die Koppel nicht verlassen. Der Rest des Reitclubs sucht nach ihr und ich muss hier warten, falls jemand etwas findet. Ich brauche wirklich Hilfe, um sie zu finden. Kannst du zum Weg an den Klippen da drüben beim Berg reiten und nach ihr suchen? Ja, falls ich da hinkomme, mache ich das gerne. An den Klippen. Entschuldigen, da ich gerade durch dich durchgeritten bin. Moment, hier soll eigentlich was sein. Ach, ich kann jetzt mit dem... Ah, okay. Okay, okay. Der stoppt mich ja jetzt sowieso. Ja, ja, ja. Die Straße ist versperrt. Niemand kommt hier durch, bis wir alles aufgeräumt haben. Ja, ich wollte mit dir reden. Stopp, diese Straße wurde für unsicher erklärt. Du kannst hier nicht weiterlaufen, reiten oder fahren. Ja, gut, das Fahren hat sich ja erledigt. Das war ja nur zum 1. April gestern. Beziehungsweise, ja doch, gestern war es. Große Felsbrocken haben die Straße komplett blockiert. Ob ich ein Mädchen auf dem Pferd gesehen habe? Nein, aber ich hoffe für sie, dass sie nicht unter diese Felsbrocken dort begraben wurde. Dann wäre sie jetzt platt wie ein Pfannkuchen. Ich mag Pfannkuchen. Nein, ich kann dich nicht vorbeilassen, selbst wenn deine Freundin in Gefahr ist. Die Straße muss erst geräumt werden. Das sind meine Anweisungen. Und ich verlasse diesen Ort erst, wenn Herr Kempel es mir sagt. Du hast ja keine Ahnung, was er mit mir machen würde, wenn er erfährt, dass ich mich nicht an seine Anweisungen halte. Wenn es so wichtig ist, warum bittest du nicht Herrn Kempel, den Bulldozer zu schicken? Du findest Herrn Kempel auf der Baustelle, nahe dieser wunderschönen großen Werbetafel, die du wahrscheinlich nur zu gern anschaust. Reite zu ihm und frage ihn, ob er schnell einen Bulldozer schicken kann. Okay, dann machen wir das doch. Ich weiß auch genau, wo das ist, weil ich bin da mal aus Versehen hingeritten. Ja, was heißt aus Versehen? Ich meine, ich habe meine Gegend erkundet. So. Das ist nur die Frage. Ich glaube, hier kam ich hoch. Genau, da oben ist dieses hässliche Schild, wovon der gesprochen hat. Da reiten wir doch mal los. Es ist wahrscheinlich auch der Bulldozer, von dem er dann auch gerade gesprochen hat. So, und ich meine, wenn er das ist, dann weiß ich, wer der... Ja, das ist er. Okay, dann weiß ich, wer es ist. Aha, was sehe ich denn da? Ein Stallmädchen aus Moorland wagt es, hierher zu kommen? Was willst du? Meine starken Maschinen sabotieren in einem jämmerlichen Versuch, diesen kleinen Bretterhaufen zu retten, den ihr einen Stall nehmt? Keine Sorge, kleines Mädchen. Wir werden den Stall abreißen und neue Luxus-Apartments bauen, die wir für 5 Millionen und Abermillionen verkaufen können. Äh, für Millionen und Abermillionen. Ziemlich gut, oder? Ich werde reich und die Moorlands bekommen keinen Schilling. So arbeiten wir ja hier bei GED. Oh, du bist nicht hier, um Ärger zu machen? Wirklich? Du willst, dass ich dir einen Bulldozer leihe? Du bist sehr witzig, kleines Mädchen. Hahaha. Ähm, ja, das war auch nicht witzig gemein. Du willst also, dass ich einen Bulldozer schicke, um diese Felsbrocken von der Straße zu räumen und eine Freundin zu retten? Ich sollte eigentlich einen immens großen Haufen Geld dafür verlangen. Aber eigentlich muss ich die Straße sowieso räumen. Ich warte auf die Abrissmannschaft und dieser Felsrutsch würde sie zwingen, eine Umleitung zu nehmen. Ich habe eine Idee. Wenn du mir hilfst, vier Bäume zu markieren, die gefällt werden sollen, schicke ich einen Bulldozer. Okay? Nimm dieses rote Klebeband und markiere diese vier Bäume da drüben. Dann helfe ich dir. Einverstanden? Nee, eigentlich nicht, aber was tut man nicht alles? Welche vier Bäume? Auf der Seite? Die sind jetzt nämlich... Achso, Moment, doch. Ach, da hinten ist was markiert. Genau. Dann reiten wir doch mal da hin. Was ist da hinten? Nee, da ist kein Fohlen, oder? Da steht nämlich ein weißes Pferd. Aber ich glaube, die sind einfach nur so unterwegs. Das sah gerade so aus wie ein Fohlen. Also nicht das Pferd sah aus wie ein Fohlen, sondern als ob da ein Fohlen wäre. Ach so! Ach, ich habe das noch gar nicht gemacht. Ach, ich verstehe. Okay, okay, okay. Okay, da muss ich zum einen auch nochmal hinreiten. So. Ja, kannst ruhig ein bisschen schneller hinreiten. So, damit haben wir auch diese Quest erfolgreich abgeschlossen. So, jetzt bin ich zwar ein bisschen blöd geritten, aber ich habe endlich mal ein schönes Foto beim Reiten zumindest. Das wollte ich schon die ganze Zeit. Ja, noch ein Stück, obwohl mir geht auch von hier. Braves Mädchen. Vielleicht solltest du dir überlegen, hier für uns bei der GED zu arbeiten. Wir suchen immer nach Leuten, die die Natur ausbeuten und zerstören wollen. Mein Versprechen? Ich erinnere mich an kein Versprechen. Hahaha. Das zeigt dir, dass ich... Dass du nicht jeden trauen solltest. Egal. Ich hatte den Bulldozer sowieso schon losgeschickt. Man könnte also sagen, dass du all das umsonst gemacht hast. Siehst du? So läuft das. Arschloch. Aber der Bulldozer ist zumindest schon mal auf dem Weg. Das ist schon mal gut. Das ist auch ein ganz gutes Foto, denke ich mir mal, als Cover. Weg mit dir, Mädchen. Du und ich sind hier fertig. Fürs Erste. Der Bulldozer ist unterwegs und du solltest dich lieber von ihm fernhalten. Also kannst du losziehen und deine Freunde auf den neuen Stand bringen oder sowas. Ich muss jetzt weiter den Abriss eures Stalls planen. Ja. Denk du mal weiter, dass du den Stall noch abreißen kannst. Wir werden uns definitiv dagegen wehren. Aber ich habe ja noch etwas anderes erstmal zu tun. Da oben kommen wir erstmal nicht hin. Aber wir wollen ja erstmal das Mädchen retten. Deswegen, auf geht's. Und ich will immer noch meine Hufeisen haben, die du mir versprochen hast. Du blöder alter Kerl. Gestern hast du sie mir versprochen und heute habe ich sie immer noch nicht. So, wo geht's denn hier hoch? Oh, Moment. Ach nee, das ist... Oder kann ich jetzt schon mit ihr reden? Nee, oder? Ich muss doch erst noch das Mädchen retten. Ja genau, das ist noch gelb. Okay, dann gehen wir hier erstmal... Ich kann hier immer noch nicht hoch. Ja. Ich denke, der hat einen Bulldozer nach hier geschickt. Wo ist das? Die Straße ist versperrt. Niemand kommt hier durch, bis wir alles aufgeräumt haben. Und wieso hat das jetzt der komische Chef da gesagt? Ich denke, die haben jetzt alles aufgeräumt. Oder ich muss wirklich nochmal zu ihr zurück. Das kann natürlich sein. Weil sie ist jetzt grün eingezeichnet. Es ist manchmal ein bisschen verwirrend, finde ich. Aber gut. Wir machen das jetzt einfach mal. So. Hast du schon Neuigkeiten, was Lorette angeht, Susanne? Ein Bulldozer ist unterwegs, um den Felsschritt zu beseitigen? Gut. Aber... Dank daran. Tut mir leid, liebe Entwickler. Aber ihr solltet bitte nochmal auf eure Texte achten. Aber denkt daran, dass der Kempel ein echter Fiesling ist. Und die GED so vertrauenswürdig wie eine Maus in einer Käsefabrik. Ja, das weiß ich leider. Der Bulldozer sollte die Straße jetzt geräumt haben. Ah, ich wusste es. Reite zurück zu den Klippen und suche nach Loretta. Oh, ich hoffe, es geht ihr gut. Beeil dich, Susanne. Beeil dich. Naja, ich muss nur noch schnell das Geld einsammeln. Was ich gerade verdient habe. So. Und jetzt kann ich endlich da hoch. Yeah. Hallo. Ich kann jetzt genau wie ihr die Straße hoch. Das ist so cool. Vor allen Dingen wichtig, weil sonst kommen wir ja nicht weiter. Ach, das ist die Loretta, ne? Guten Tag. Hallo Susanne. Hast du dich verlaufen? Oh. Tan hat dich geschickt. Das ist nett von euch beiden. Danke. Wir müssen zu den Stellen zurückkehren. Lass uns ein Rennen machen und sehen, wer zuerst wieder bei den Moorlandstellen ankommt. Von hier bis zu Tan auf der Koppel. Los geht's. Ähm, ja, okay. Können wir. Hoffe ich. Ich muss jetzt quasi die Strecke wieder runter, ne? Aber ich sehe gerade. Ah, hier sind sogar Wegweiser. Das habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Das ist cool. Lauf. 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 Nein. Die wird ja immer schneller, sobald ich in die Nähe komme. Sauerei. Und ich kann natürlich nicht schneller laufen. Aber ich bin schon am Maximum. Ich drehe hier schon die ganze Zeit das Mausrädchen. Du hast das Rennen erfolgreich absolviert. Ja, aber ich war viel langsamer. Manu. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich jeder, wenn man dann von Anfang an hier erstmal durchkommt. Hallo, gehst du mir aus dem Weg, bitte? Das war schnell. Richtig rasant. Hurra. Das hat Spaß gemacht. Ah. Ich bin jetzt quasi ihre Freundin, ja? So. Das ist cool. Moment, sie ist jetzt auch gelb. Kann ich mit ihr jetzt auch nochmal neu reden? Oder redet sie nur den gleichen Quatsch hier? Du bist wirklich immer besser, Susanne. Ich hoffe, du bist bereit für eine echte Herausforderung. Weil du uns geholfen hast, Loretta zu finden, lassen wir dich auf der Bobcats-Geländestrecke üben. Sie ist schwierig und gefährlich, also sei vorsichtig. Vergiss nicht, dass du kein Bobcat-Girl bist. Also sei nicht enttäuscht, wenn du unsere Rekorde nicht schlagen kannst. Es ist keine Schande, gegen die Bobcats zu verlieren, weißt du? Viel Glück beim Rennen. Die hat mir bestimmt zugehört, gerade. Gemein. Wo muss ich denn hier laufen? Lauf, Susanne, lauf. Susanne ist übrigens der Name von einer meiner zwei besten Freundinnen. Wollte ich nochmal eben erwähnt haben. Ach, das ist die, die ich zuletzt machen sollte. Ah! Verstehe! Ja, geil! Kann ich die jetzt auch machen? Oh, oh, oh! Ich hab schon vergessen, wie man springt. Moment. Moment. Oh, rechts oder links? Oh, oh, oh. Nee, geradeaus, ne? Ich kenn doch die Strecke nicht, Leute. Oh ja, geh bloß nicht hoch. Ei, ei, ei. Ah! Okay. Tut ein bisschen der Mittelfinger weh vom ewigen Rollen, aber... Nein, 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 nein. Oh! Nein, 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 nein! Oh, 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 oh! Gerade noch so drin. Boah. Ein paar Fauxpas, aber bisher ging's. Ei, 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 ei. Los, 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 los. Die Bobcat-Strecke. Deine Zeit. Eine Minute 37. Boah. Rang Bronze. Naja, immerhin noch. Auch wenn das jetzt natürlich der schlechteste Rang von allen ist. Ei, 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 ei. Das war ziemlich gut. Wenn du willst, kannst du es noch einmal versuchen. Frag mich einfach wieder und ich gebe dir einen neuen Versuch. Jedes Mal, wenn du in einem Rennen antrittst und eine gute Leistung zeigst, verbesserst du deinen Ruf. Wenn du auf diese Strecke eine gute Figur machst, sehen alle unsere Bobcat-Girls, dass du gut bist. Ich verspreche nichts, aber wenn dein Ruf bei uns steigt, kannst du vielleicht ein Mitglied unseres Clubs werden. Oh, ich bin schon ein Level hochgestiegen, genau. Ein Level aufgestiegen. Cool. Kapuzine, Peace Look. Das sind aber auch Namen hier. So, Starter an Highscore-Rennen. Habe ich das heute schon probiert? Doch, das habe ich ganz am Anfang gemacht. Genau, da hatte ich diese 51 Sekunden drin. Ähm, dann schauen wir jetzt mal eben. Links haben wir jetzt noch zwei Ausrufezeichen, wo wir noch was machen müssen. Oh. Bei ihr direkt. Willkommen im Club. Du hast uns und die Mäulern stellen so viel geholfen und du hast gezeigt, dass du eine gute Reiterin bist. Ich habe gehofft, du zeigst uns, dass du gut genug bist, um den Bobcats beizutreten. Und du hast meine Erwartungen weit übertroffen. Du verdienst es wirklich, Mitglied im Bobcats-Reitclub zu werden. Wow. Willkommen im Club, Susanne. Du bist jetzt dein echtes Bobcats-Girl. Wow. Und da gibt es sogar eine Clubjacke für. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die besser oder schlechter ist als meine jetzige. Cool. Ähm, nee, ich möchte sie eigentlich nicht nochmal laufen. Ich wollte jetzt erstmal eben gucken. So. Plus eins, plus eins. Nee, Einfängereiterjacke. Hä? Wo ist denn jetzt die drin, die ich jetzt gerade bekommen habe? Ist hier nicht bei mir. Oder heißt die auch Einfängereiter? Aber da waren noch andere Sachen drin, oder nicht? Hm. Ähm. Schauen wir mal eben. Ich habe jetzt hier die Moorland-Reitweste. Reiten, Springen, Befehl, Pflege. Jeweils plus eins. Springen, Pflege. Also kann ich die im Endeffekt auch verkaufen, die ich jetzt hier habe? Danke. Danke, das war ganz toll gemeint von euch. Aber ich werde sie verkaufen. Wenn ich denn weiß, wie. Ich glaube, da muss ich dann zu so einem Shop hier hingehen. So. Äh, nee. Jetzt habe ich sie. Ich wollte sie auch eigentlich verkaufen. Ziehe das Item. Ach so, da. Okay. Ah, ja. Muss man ja erstmal wissen. So. Ja, weil... Äh, nein. Jetzt habe ich auf Nein gedrückt. Das war jetzt sehr clever von mir. Ich will jetzt hier eigentlich gar nicht verkaufen. Nein, ähm, das ist aber, glaube ich, nicht die, die ich bekommen habe, weil ich habe doch eine grüne noch drin gehabt, meine ich, im Inventar. Hm. Naja, egal. Äh, Loretta. Ach so, das ist die. So, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung. Und gucken mal. Irgendwo waren doch hier noch Ausrufezeichen. Wo sind die Ausrufezeichen hin? Na, es ist das, was ich meine. Das kann man ganz schlecht sehen. Kann ich da jetzt unten entlang reiten oder muss ich da jetzt oben entlang reiten? Das ist jetzt die Frage. Ich vermute zwar eher, dass ich oben entlang reiten muss. Aber. Ich gucke trotzdem mal. Oh, stopp, 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 stopp. Nein, okay. Ich kann. Hallo. Was bist du so am Backen? Ist doch alles gut. Aber das ist hier eine sehr schöne Gegend, muss ich sagen. Eine wirklich schöne Gegend, um mal ein Foto zu machen. Oder ein paar Fotos zu machen. Okay. Ich will natürlich nicht zu viele Fotos machen. Oh, nee, abrutschen solltest du eigentlich nicht. Schauen wir mal eben hier vorne. Ja, lauf. Zack, zack. Das sieht wirklich schön aus. Hier ist aber kein Stern oder so zufälligerweise. Ach, ich habe aber, ja, geh doch einfach mal ein bisschen. Hallo. Das nimmt ja das schon gar nicht mehr an, wenn ich hier drauf drücke. Nein, du sollst nicht laufen. Obwohl. Moment. Das ist doch gemein. Das ist doch gemein. Das ist aber auch einfach so ein schönes Pferd. So, mach doch mal den Kopf hoch. Hier komm. Sunny Princess. So ist fein. Genau. Und jetzt möchte ich noch was anderes ausprobieren. Und zwar habe ich was gelesen. Wui. Oh, oh. Aber lange kann ich nicht schwimmen. Schade. Ah, das Wasser ist zu tief. Okay. Okay, das, was ich gelesen habe, scheint nicht ganz so zu funktionieren, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Das ist schade, weil ich jetzt eigentlich gedacht habe, dass man mit dem Pferd schwimmen gehen kann. Das soll wohl, so wie ich es verstanden habe, eine Neuerung gewesen sein. Aber anscheinend, ja, war es wohl nicht so, wie ich mir das jetzt gedacht hatte. Okay. Ich würde sagen, dass wir uns mit diesen Szenen erstmal verabschieden für diese Folge. Und dass wir uns dann für den Rest in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.